weiter geht's mit ermy kts ich mache wieder mit dem in dem scenic modus und so mache ich jetzt alle strecken noch in jedem part sieben stück und ich mache den mirror modus so ich hatte ja im letzten part schon vier strecken gemacht die lasse ich weg wenn ich jetzt spiele werde mich jetzt noch auf die konzentrieren die ich noch nicht gespielt habe das sei schon mal verpasst nicht schlecht ich weiß nicht wie weit ich jetzt hier noch ein paar mehr abkürzungen nehmen kann oder so auf der strecke sind so viel leider fast das mal gerade ich hab ne idee wo ich vielleicht wo ich springen kann war das hier ah jetzt bin ich voll gegen das schild gefangen das müsst ihr erstmal schaffen naja der strecke gibt es leider keine coolen abkürzungen ich denke ich bringe es mal schnell zu ende das war nicht geplant ich weiß nicht inwiefern die anderen computer hier überhaupt fahren können ich scheine doch normal schnell zu sein kann das sein warum sind die alle so langsam wer weiß so nächste strecke und hier kommt mir sogar gerade eine idee und zwar könnte ich hier doch sogar drüber springen ja gut ich war zu langsam aber mit dem passenden item müsste das nicht noch gelingen oder ja perfekt ah nein junge das war unfair sehr gut hier lässt sich ganz schlecht bremsen fuck also ich probiere es auf jeden fall nochmal mir trifft das sollte es eigentlich auch gehen perfekt funktioniert geschleppt kommt perfekt weitere abkürzungen gefunden ich will die abkürzungen nochmal nehmen ich fahre jetzt extra zurück scheiße nein ja gut ich fahre jetzt ins ziel auf der nächsten strecke so eine strecke habe ich ausgelassen die fahre ich jetzt nicht nochmal hier kann man gute runden drehen wenn man das drauf hat zumindest das könnte ziemlich interessant werden oder auch nicht was ist eigentlich hier hinten nichts wie schnell bin ich hier eigentlich auf diesen auf dieser aufwollstrecke schnell genug würde ich sagen so ich versuche jetzt mal auf das haus zu springen vielleicht ne es geht nicht oder ich hab nicht mal den sprung geschafft schade 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 gut auf der strecke war jetzt nicht mehr so viel los nächste strecke der joshis circuit hier könnte ich vielleicht sogar ein paar cooler abgezogen nehmen oder bei mir fällt jetzt nichts ein wo ich hier eine gute möglichkeit hätte eigentlich schade aber die strecke finde ich wirklich cool an sich ich weiß nicht ob es das bringen würde darüber zu springen ich versuche es in der nächsten runde mal ach man kommt nicht drüber leider das wäre es noch mit der strecke und jetzt wieder die lucky hills strecke wo ich ja schon auf 150er diesen bug gefunden hatte es sollte also hier auf 300er gut reproduzierbar sein reproduzierbar genau ach wenn man sehen kriegt natürlich auch ich finde es cool dass man hier auch so offroad fahren kann ohne wirklich langsamer zu werden ich kann ja auch in die andere richtung springen einfach mal sowas fahren das bringt mir halt nicht viel oder doch es bringt mir schon was gibt es der lab kommt ich glaube nicht oder mal testen nope das ist schade hier kann man eigentlich so schön reintriften oder ich muss es mal besser versuchen dass ich da richtig schön um die kurve komme au wie ich so instant langsamer werde sieht lustig aus ah das war jetzt gemein und das lief ganz gut welches behaupten Ich fahr jedes Mal in diesen Goomba rein. Nice. Heaven and Hell. Man sieht leider die Streckenübersichten nicht. Oh shit. Man sieht leider die Streckenübersichten hier nicht. Kann ich da vielleicht drüber springen mit etwas Glück? Scheiße. Da muss man genau in diese Ranke ran springen. Ja, da muss man halt genau in diese Ranke ran springen. Dann kann man da... ...gute Zeit retten. Toll, ich bin letzter. Du Scheiße. Voll gegen die Wand. Komm ranke. Ach man. Man muss glaube ich ganz außen. Ich werd hier noch erster. Oh, okay werd ich doch nicht. Man. Das gibt's nicht. Ich werd letzter oder? Funktioniert mein Trick? Naja gut. Das war zu weit drüben. Na toll. Ach, da verliere ich direkt. Na gut. Und das letzte Strecke. Der Volcano Beach. Das ist eine ziemlich coole Strecke, die ich finde. Kann ich da vielleicht hoch springen mit etwas Glück? So. Zack. Ach. Ne, da geht's nicht hoch. Ja gut. Next Course wie Next Course. Ach, hab ich auf Wins eingestellt? Ja, das war auszusehen. Na gut. Dann bis zum nächsten Part.